Seid gegrüßt aus dem schönen Neumünster, Schleswig-Holstein. Ich bin hier auf Besuch für einen Tag und dann fahr ich morgen weiter wieder zurück nach Hause. Irgendwo mache ich dann Zwischenstopp. Ich weiß noch nicht genau wo, muss ich heute Abend mal gucken. Jetzt meinen kleinen Spaziergang und werde dann in die Stadt gehen. Im Zentrum sind es 3,2 Kilometer. Ich denke mal, das sieht man. Wir sind heute Morgen bei minus 2 Grad losgefahren. Zwischenzeitlich vor oder hinter Anrufe hatten wir minus 7. Dann mussten wir durch Hamburg durch, weil der Elbtunnel gesperrt ist. Unter der Winterjacke habe ich nur ein T-Shirt an. Weil, wie gesagt, es ist eine Winterjacke. Wenn ich da jetzt noch ein Pullora drunter hätte, würde ich sehr schwitzen. In zwei Stunden ist es schon wieder dunkel. Ich habe vergessen, die Uhr zu starten. Naja, einen halben Kilometer weniger. Lässt sich noch verkraften. Es geht jetzt durch eine kleine Waldsiedlung. Äh, Quatsch. Durch eine kleine Gartensiedlung. Und zwar ist es dann nebenher. Und dann gleich ein kleines Stückchen durch den Wald. Oh Gott. Keine Ahnung, wann die beiden da rausgekommen sind. Äh. Hi. Sollte ich noch nicht um? Ich hoffe, man sieht die beiden hier. Oh Gott, hier ist es. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, ob die beiden Rehe gerade so aussehen. Ich bin gespannt, ob die beiden Rehe gerade so aussehen. Die müssen ja hier durchs Wasser gekommen sein. Hm. Das sind wohl ehemalige Firmengebäude. Ach Gott. Keine Ahnung, ob man das jetzt sieht. Da sind jetzt verschiedene Geschäfte drin. Bauerei. Glaserei. Karate. Ja, so einiges. Das rauscht jetzt nicht so sehr. Oh, das rauscht jetzt nicht so sehr. Ja. Na, komm weiter können. Mal schauen. Mal schauen. Hier ist gerade eine Demo. Aber jetzt nicht von den beiden Vogeln. Wie läuft aktuell so eine blöde Demo? Ich weiß, Demos sind für was gut, aber nicht wenn ich die Stadt filmen will. Krass, klopfen sie ums Klassen, werden natürlich wieder gefüttert. Krass, also es sind definitiv verschiedene Sorten, so großen Unterschied, es ist heftig. Das ist interessant. Was ist denn? Ja, ich stehe hier, ich weiß. Auf jeden Fall eine Silbermöwe. Teichbrücke. Das ist ja so eine 100. Keine Ahnung. Das ist die Zimalsystems. Sparkaste, Giroverband, Schleswig-Kolstein 1998. Ja, das hört sich doch toll an. Ich bin da farbig gefasst, mit Künstlerfolien ergänzt. Durchmesser 4 Meter. Ja. Auf 400 cm? Ja, 4 Meter. Wahrscheinlich insgesamt gemessen. Ja. Weil ein Ring bestimmt nicht. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier auch Figuren. Figuren ist schon mal gut. Ja. So lange war mit dem jetzt auch wieder. Voll cool irgendwie. Mit den Bäumen. Mal gucken, wo ich morgen hingehe. Ja. Einsatzfahrzeug mitten auf der Wiese. Gut, davon gibt es ja auch viele noch hier. Aber schön. Kriegerdenkmal ist hier. Wo ich dann hier hinkomme? Keine Ahnung. Aber irgendwie alle möglichen an Bäumen. Linde. Ahorn. Das ist die Infine hier. Klasse. Ich muss doch einen Kanal ran, oder einen Ratzkeller. Was ist das Alt? Und 1898 bis 1900 gewollt. Durch 1838 erweitert. Ich muss mal gucken, wie das genau aufgeteilt ist mit den Stadtpunkten. Da möchte ich demnächst sagen, ich gehe von 1 bis... Bis es nicht mehr weiter geht. Die Kunst ist ein Einhorn zu sein. Sehr interessant. Vielleicht gruselig manchmal. Aber okay. Ich bin niedlich. Auf jeden Fall eine schöne Depot. Kann man das sehen? Ich glaube... Hier sind auch einige schöne alte Häuser. Da hinten ist wieder der Teich. In der Sitzgruppe. Auch gemütlich mit... Bänkmummebäumen. Da ist so ein bisschen schön innen. Hier ist ein WLAN Hotspot. Mit Kanonen. Kirche. Kirche. Evangelisch-Lutherische... ...Vizellin... ...Kirche. Es ist richtig schön jetzt, wie es von der Sonne angereicht wird. Äh. Schön. Da oben ist was rechts. Das ist geil. Cool. Die Vizellin-Kirche von der anderen Seite. So. Und... Das... Ach, keine Ahnung. Irgendein Gemeindehaus. Ich hab's noch grad gelesen. Ich hab's... Ja, dann sofort wieder verringt. Haus der Begegnung. So. Haus der Begegnung. Bis jetzt hat das Wasser ganz gut gehalten. Ich geh jetzt einfach Richtung Sonnuntergang. Müsste ich wohl irgendwann wieder... ... beim Sterbpunkt ankommen. Glaub ich. Ich denke schon. Ein Gebäude halt. Das ist neuer Postelische Kirche. Sieht für mich aus wie ein Haus. Da hinten brennt der Himmel. Mir ist grad das Mikro ein bisschen abgerutscht. Keine Ahnung, ob die letzte Aufnahme was geworden ist. Zumindest vom Ton. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Auch wieder alte Häuser. Ah, schön. Wenn ihr mal irgendwo hinfahrt, wo ihr euch nicht hier auskennt. Einfach drauf los marschieren. Ah, hier sind auch schöne Häuschen. Links Neubau. Rechts Altbau. Vor mir sind Bahngleise. Gucken, ob ich da irgendwie herkomme. Da ist ne Unterführung. Aber ich glaub, die ist gesperrt. Es wird dunkel. Ich befinde mich jetzt auf dem Heimweg. Ich hab mir Neumünster ein bisschen angeguckt. Wie gesagt, demnächst die Städtetür machen. Von 1 bis... Mal gucken, wie weit es geht. Dann sag ich mal Tschüss aus Neumünster. Bye, bye. Schönen Tag, den Sonnenklang. bis dahin dazu gehen. Tschüss, bis dahin. Ich bin dein August, der dich zum Mal verse ist, aber auch nicht mehr. Ich bin dumm. Aber wir versuchen, es so zu euch zu sagen. Wie gesagt, dass du dich zu sein, findest du dich mal talks. Hat es nicht mehr. Schönen Tag, wenn du dir zu dich in deinem Leben sind, Untertitelung des ZDF, 2020